Hallo zusammen! Heute möchte ich euch zu einem besonders geilen Video begrüßen, denn heute stelle ich einen Teammitglied vor. Es handelt sich nämlich um einen Teammitglied, was ihr vielleicht auch schon aus eurem Kundensupport kennt. Wenn ihr mal angerufen habt oder wenn ihr ein paar E-Mails geschrieben habt, da war die Person schon öfter mit Leuten in Kontakt. Und ja, diese Person hat jetzt auch noch für unsere Firma ein spezielles Zertifikat gemacht oder erstellt, um euch im Prinzip besser beraten zu können. Und ihr werdet diese Person jetzt auch öfter vor der Kamera sehen. Wenn dich das brennend interessiert, wer das ist und wie diese Person aussieht, dann bleibe doch jetzt an diesem Video. Bis gleich! Hallo zusammen! Ich habe es ja eben schon angekündigt, ich stelle ein weiteres Teammitglied vor. Und dieses Teammitglied ist Marie, meine Partnerin, die auch immer tatkräftig in der Firma uns unterstützt und auch unter anderem im Kundensupport arbeitet. Und Marie möchte sich jetzt einmal selbst vorstellen. Deswegen werde ich jetzt einfach aus dem Video verschwinden und ich wünsche euch viel Spaß mit Marie. Ja, hallo zusammen. Also wie Chris schon gesagt hat, ich bin Marie und habe halt ganz, ganz lange im Support gearbeitet. Ich bin seit dem 01.01.2018 komplett im Unternehmen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen gearbeitet. Und ja, ich bin auch eigentlich dafür zuständig, dass die Videos geschnitten werden, dass Themen gefunden werden und, und, und. Und wir haben uns jetzt einfach entschieden, dass ich zusätzlich auch noch Videos drehen werde. Dieses spezielle Zertifikat, was Chris schon angesprochen hat, das habe ich hier einmal dabei. Und zwar geht es um den Ernährungsberater. Also, falls ihr Fragen rund um das Thema Ernährung habt, wie man euch helfen kann, wie ihr besser abnehmt, zunehmt, etc. Falls ihr Allergien habt, dann schreibt mir oder ruft einfach mal am Support an, fragt nach mir. Und ja, ich würde euch gerne weiterhelfen. Und ich freue mich natürlich ganz doll, euch die ganze Zeit zu begleiten und natürlich auch zu sehen. Ja, ich würde mal sagen, das war Chris oder Marie von Sports & Health. Und bis zum nächsten Video. Ich würde mich über ein nettes Kommentar sehr freuen. Liked dieses Video, wenn ihr euch freut, mich öfter zu sehen. Und liked auch unsere Facebook-Seite, liked unser Instagram-Profil. Ich verlinke euch das alles hier noch in die Infobox. Dann könnt ihr da direkt drauf zugreifen. Ja, bis zum nächsten Video. Ja, ich bin es nochmal. Ich habe gerade ganz vergessen, euch zu sagen, ich bin gelernte Krankenschwester. Also, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, irgendwelche Symptomatiken oder irgendwelche Krankheiten, die euch einfach näher interessieren, könnt ihr natürlich auch immer wieder gerne fragen. Ich versuche, euch so viel zu beantworten, wie es so geht. Auch, falls ihr Fragen über mich habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch wirklich alle Kommentare, die ihr schreibt oder Fragen, die ihr halt über mich habt. Und ja, wir sehen uns. 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 Untertitelung des ZDF, 2020